Eine Kreatur voller Chaos. In einem Livestream wurde mir berichtet, dass ein neuer Server entdeckt wurde, auf dem eine, naja, seltsame Kreatur lebt. Dieses Video, das ihr heute seht, sind Ausschnitte aus meinem Livestream. Das bedeutet, folgt mir gerne auf Twitch, um sowas nicht zu verpassen. Da könnt ihr sowas halt eben live sehen. Dieser Mythos heißt anscheinend Zahi und hat irgendwas mit Error 422 zu tun. Die Geschichte ist etwas seltsam, beziehungsweise gibt es nicht wirklich eine Geschichte. Es ist einfach nur pures Chaos. Die Geschichte ist in diesem Fall aber sowieso unwichtig und die Kreatur rückt in den Vordergrund. Was hier auf jeden Fall klar ist, ist, dass der Mythos Chaos anstellt und sehr aggressiv ist. Er sprengt alles mögliche in die Luft, insbesondere Spieler. Zündet Spieler auch an oder zwingt Spieler dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen. Außerdem stellt er auch Chaos mit Command-Blöcken an. Grüße gehen da raus von meinem Computer auf jeden Fall, denn dieser Mythos hat mein PC an manchen Stellen einfach wirklich zum Laggen gebracht. Das werdet ihr gleich auch sehen. Und ja, mehr zum Mythos sagen braucht man da eigentlich nicht. Schaut euch das Ganze einfach selber an. So, also wir gehen jetzt auf diesen Server drauf. Zack, euer 1gmail.com, okay. Das ist die IP. Also da ist Zahi11 oder so drauf. Okay. Mit Optifine sieht echt alles anders aus. So, hier sind auch alle Leute vom Stream dabei. Cool. So, Zahi. Ich muss erst mal das Wichtigste tun. Toll. Namen, ja. Was für Diamant, was für Diamant, Alter. Okay, äh, hello. Hi. Wo ist denn jetzt der Mythos? Da hinten ist so. Deswegen ist, ich habe leider keinen Optifine. What is this I like? Was? What is it? Ja. Doch, doch, doch. Da war doch... Okay. Da ist gerade irgendeine Person rumgelaufen. Warum sind die bei Wassereimer? So, wartet. Warum ist hier so viel? So, erstmal für die ganzen Fans mein Schwert craften. Dass, wenn mich jemand stalkt, ne, oder verfolgt hier. Ich klatsche euch alle weg. Wo ist jetzt dieser Mythos? Hallo? Was schlägst du mich, hä? Äh. Da ist irgendwas. Und da wird irgendwas weggesprengt. Hä, warte, da sind... Wer ist das? Ach, das Blaze. Äh, was ist das für ein Skin? Okay. Ich werde wahrscheinlich in der Aufnahme ranzoom. Da kann man es besser erkennen. Also, falls mich dieser Mythos hört, banne mal bitte diesen Fairy Mew Game X. Danke. So. Äh. Sachi? Hallo? 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 Oh. Ähm. Nein, 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 nein. Ah, 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 ah. Nein. Nein. Das heißt, würde man mit so einer Katze oder so einem Hund reden, so. Nein. Das tust du nicht. Nein. Hallo? Hallo? Nein. Nein. Hier werden keine Spiele angezündet. Nein. Wieso habe ich eine Netherite-Axt? Wieso habe ich eine Netherite-Axt? Lol. Jetzt joint noch Miko. Wer ist jetzt das schon wieder? Oh, oh. Nein. Leute, ich habe doch ein halbes Herz. Wieso hatte ich gerade eine Netherite-Axt? Wer ist denn jetzt schon wieder Miko? Was ist das? Schaut euch das mal an. Wenn ich so ein Mythen-Video mache, so alleine, bin ich allein mit dem Mythos. Ja? Hier sind einfach 200 Leute. Okay. Ähm. Ja. Servus, zahri. Äh. Kommen sie runter? Oder so? Language English. English. Englisch. Englisch. Okay. Nein, 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 nein. Stopp. Stopp. Nein. Der hat dich geblannt. Der hat dich gebannt. Okay, krass. Also zahri bannt auch anscheinend Leute weg. Und es ist noch einer hier. Aua, aua. 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 Hallo. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Oh. Stopp. Lassen sie mich in Ruhe. Lassen sie mich in Ruhe. Es reicht. Es reicht. Ey, Junge. Der arme Wald. Ist das hier Australien oder was? Wo der ganze Wald wegbrennt oder was? Was bist du für ein Umwelt? Guck mal, alle anderen Mythos waren wenigstens so nett oder so, ne? Oh. Lecker gebratetes Fienerfleisch. Aber der, der hasst die Umwelt ja unnormal. Schaut euch das an. Alles abgefackelt. Alles abgefackelt. Ey. Hat er sich, ja, er hat sich auch rumgebracht. Okay. Dieser Zahri kommt mir, äh, der ist sehr ähnlich zu der von gestern, ne? Der Minecraft Toad. Jetzt, was, was macht hier jetzt? Le Cooper hier. Was macht jetzt? Hier ist einfach Polizeiofficer Le Cooper oder was? Was ist das hier? Was ist das für ein Ohio-Server? Warum bin ich ein Professor? Warum sind hier so viele Menschen? Oh. Ja, töten. Töte Fairy Mew Gaming. Der da. Du bist ab jetzt mein, ja, okay, oder so. Ihr seid jetzt meine Security-Leute. Ihr müsst immer Fairy Mew Gaming töten. Okay, okay. Oh, ne zweite Axt sogar. Nice. So. Dieser Mann da. Dieser Mann ist höchst gefährlich. Oh. Okay. Dieser Mann hier ist höchst gefährlich. Ihr müsst ihn umbringen. Und wieso hat jetzt jeder eine Axt? Stopp. Stopp. Hier wird nicht. Äh, äh. Hier wird nicht getötet. Warum? Hallo? Sind wir hier ein Squid Game oder so? Dieser. Dieser. Ey. Ey, 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 ey. Ey. Le Cooper. Ey, Le Cooper. Ich deabonnier dich oder so. Dieser Mythos. Der schwebt da oben. Gammelt da. Und gibt uns jetzt Waffen, damit wir uns gegenseitig töten. Ist das Squid Game oder so? Oh, oh. Und wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Wir müssen das sprengen, Leute. Äh. Da ist jemand unsichtbar. Sprengt das. Sprengt das. Och, nee. Nein. Was ist das? Hallo? Hallo? Nein. Der Server wird sowas von abstürzen. Stopp. 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 Der muss das ausmachen. Der muss das ausmachen. Der Server wird so abstürzen. Nein. Schaut euch das an. Nein. 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 Aus, 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 aus. Mach das aus. Mach das aus. Mann. Du bist nicht der schlechteste Mythos. Du bist der dümmste von allen oder was? Hallo? Du willst, dass dein eigener Server abstürzt. Was ist los mit dir? Ey. Ey. Oh. Das war nicht mal der Mythos. Okay. Oh mein Gott. Und da rennt irgendwer nackt mit einem Eisenschwert herum und schlägt. Hä? Wer ist das? Es leckt so sehr. Es leckt so sehr. Das ist unglaublich. Alter. Ey. Du bist doch komplett bekloppt, oder? Also, wenn, wenn ihr schon dachtet, der letzte Mythos. 7, 2, 1 oder so. Keine Ahnung, wie der hieß. Ist schlimm. Schott sich das mal an. Ja, der hat mich jetzt überhaupt selber geworfen. Okay. Bin ich der einzige, der rausgeworfen wurde? Okay. So geht's natürlich auch, ne? Man kann ja auch einfach alles wegmachen. Äh. Und den Server einfach schließen, oder so. Keine Ahnung. Jetzt ist er wieder. Hä? Bitte, bitte mach clear. Bitte. Och, nee. Das ist wirklich der inkompetenteste Mythos. Ich bin die Copy-Zeit. Äh. Das gibt'n Bann. Okay. Oh, hier ist sogar ein Haus. Oh, das ist schön. Na, hör mal. Alter. Wie viele Leute sind hier? Oh, oh. Ach, der sprengt das weg. Der, der weiß nicht mal, wie ein Clear-Command geht, oder was. Ja, äh. Kommt noch irgendwas? Oder ist der Mythos einfach so ein geisteskranker Typ, der will, dass wir hier Survival-Games oder so spielen? Hallo, Teuschwert. Kann mir bitte jemand Erdblöcke oder Blöcke geben, bitte? Gebt mir mal alle eure Blöcke. Ah, okay. Hat sich... Äh. Ähm. 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 Wieso habe ich einen Command-Block in der Hand? Hallo? Hallo? Digga. Krass. Richtig böse, auf jeden Fall. Wo ist jetzt dieser Zachi? Okay, Leute. Schaut euch diese ganzen psychisch kranken Menschen an. Vor allem diese Person da. Alle psychisch krank und verrückt. Plus, plus es gibt noch ein Mythos. Das ist ja das Lustige. Das sind ja nur die kranken Menschen. Die kommen alle von mir. Aber es gibt ja noch diesen Mythos. Was ist das Kranke? Und dieser Mythos macht weniger als die Spieler. Wir sind... Ey. Einfach wir als Spieler sind mehr Mythos als der Mythos selber. Also, dann, äh, baue ich jetzt einfach mein Haus. Ähm. So. So. Moin. Äh. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Also, ich merke, der Mythos, diese Kreatur, namens Zachi anscheinend, ähm, dem macht es wohl ganz, ganz Spaß, äh, einfach nur irgendwelche Commands auszutesten. Wir sind alle ein Team. Wir sind alle zusammen gegen die Mythos. Und Mia halt, ne? Aua. Also, es wird ja langsam dunkel. Da mit mir heißt Bands. Geil. Das, das gefällt mir. Das gefällt mir. Du bist ein guter Mythos. Du bist ein guter Mythos. Geil, Mann. Gerechtigkeit. Ja, kommt da noch was? Warte. Kommt da noch? What? Oder so? So Fenster natürlich. Au. Hallo? Hallo? Äh. Oh, wir sind alle unsichtbar. Och, ne. Ne. Stopp. Leute, einer von, ich bin einer von den unsichtbaren, ja? Vorsicht, tötet niemanden. Stopp. Ey, die sind ja bekloppt. Die, die töten sich jetzt alle gegenseitig. Nein. Stopp. Leute. Aufhören. 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 Stopp. Stopp. Hier wird niemand getötet, okay? Macht der Mythos jetzt irgendwas? Ey, wer bist du? Wer, wer ist das? Kann mir jetzt jemand sagen, wo dieser Mythos ist? PvP bannen, PvP bannen. Okay, okay, okay. Chill, chill, chill. Nein. Stopp. Nein. Hier wird nichts weggesprengt. Hier wird nichts stimmen. Nein. Nein. Ich bin eh creepy small talk. Ich werde eh nicht gebannt. Alles gut. Error. Error. 4.2.2. Error. Was ist das? Peace, Leute, jetzt. Ich hoffe, ich komme zu einer neuen Folge Bad Wars. So wie Briden uns wieder zu... Ja, okay. Nein, mein Haus. Nein. Nein. Mein Haus wurde zerstört. Ich muss mich rächen. Das Regen... Der Regen passt jetzt so dazu. Ich werde jetzt so dramatisch in die Ferne schauen. Kein Schlaf, kein Schlaf, kein Schlaf War Troll, was war Troll, was war Troll War Troll, War Troll Warte, wenn er Englisch schreibt, meint er jetzt Nicht wahr im Deutschen diese Vergangenheitsform Meint er War mit Krieg Also Krieg, Krieg Troll oder was Da ist der, hallo, hallo, hallo Nein, nein, nein Nein, 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 Leute, ich opfer mich Ich opfer mich, ich opfer mich Oh, also, stopp, Zeichro Hallo, Zeichy Stopp, stopp, LeCoopa, hör auf mich anzugreifen Stopp, nein, nein Das reicht, das reicht absolut, hör auf Nein, was Troll, was Troll Also no, echter Mythos Okay, also der Mythos war wohl ein Troll Das, also, das hab ich mir ja gar nicht gedacht Das, also, das war ich ja gar nicht gedacht Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal